Hallo Leute, die neue Apple Watch Ultra 2 ist da und in diesem Video packe ich sie aus, werde euch von meinem ersten Eindruck berichten und euch alles zeigen, was ihr über die neue Apple Watch Ultra wissen müsst. Im Vergleich zur normalen Apple Watch besteht die Verpackung hier aus einem rauen Papier, was dann eben auch thematisch zu Apple Watch Ultra passen soll. Neu ist allerdings dieses Symbol hier auf der Seite, das für Carbon Neutral steht, womit Apple uns sagen möchte, dass diese Apple Watch komplett CO2 neutral ist. Das Auspacken der Apple Watch Ultra, kann ich mich an auch vom letzten Jahr erinnern, finde ich persönlich sehr schön gemacht. Je nachdem für welches Armband man sich entschieden hat, dementsprechend findet man dann hier innen jeweils eine andere Abbildung. Ich habe jetzt hier die Apple Watch Ultra mit dem sogenannten Trail Loop und eben passend zum Thema Trail findet man dann hier so eine Abbildung. Letztes Jahr hatte ich die Apple Watch Ultra 1 mit dem Ocean Band genommen und da war dann das Meer abgebildet. Ähnlich wie bei der normalen Apple Watch ist auch hier so eine erste Einführung beigelegt. Doch speziell bei der Apple Watch Ultra ist es, wie wir sehen können, sogar ein ganzes Heft mit schönen großen Bildern und eben mit den grundlegenden Dingen, die es über die Apple Watch Ultra zu wissen gibt. Jetzt sehen wir uns aber die Ultra zweimal genauer an. Auf der Verpackung ist hier mal das neue sogenannte Modular Ultra Watch Face abgebildet. Das ist allgemein Apple Watch Ultra exklusiv, gibt es aber auch unter WatchOS 10 auf der Apple Watch Ultra 1. Wie gewohnt steht hier Designed by Apple in California, doch als Anspielung auf die Apple Watch Ultra stehen hier auch die Koordinaten des Apple Parks dabei. Ein nettes Detail auf jeden Fall. Ansonsten haben wir hier aber, wie gewohnt, dieses Schnellladekabel beigelegt, welches genauso über der ersten Generation aus diesem geflochtenen Material besteht. Und die Apple Watch selber, die ist dann noch in so einem Papier eingepackt. Rein optisch hat sich an der Apple Watch Ultra 2 nichts verändert. Sie sieht exakt gleich aus wie die Ultra 1. Es gibt auch keine dunkle oder schwarze Farboption, wie es sich viele gewünscht haben. Nach wie vor gibt es die Apple Watch Ultra nur in dieser einen Variante, nämlich Titan Natur. Auch das hier beigelegte Trail Loop bezeichnet Apple als Carbon Neutral. Das Trail Loop selber kennen wir aber bereits von der ersten Generation, da hat sich nichts verändert, nur gibt es jetzt hier neue Farben. Aber auf die Armbänder komme ich dann noch am Ende des Videos zu sprechen. Im Vergleich zur ersten Generation hat Apple die Maximalhelligkeit des Displays weiter erhöht. So merkt man noch keinen Unterschied. Dreht man bei der neuen Apple Watch jedoch an der Krone, kann man die Helligkeit noch weiter boosten sozusagen. Und ich denke, jetzt erkennt man den Unterschied besser. Genau genommen spricht hier Apple bei der Ultra 1 von bis zu 2000 und bei der Ultra 2 jetzt von bis zu 3000 Nits. Natürlich werde ich das noch in verschiedenen Situationen draußen testen, aber bereits anhand der Taschenlampe, finde ich, kann man einen Unterschied erkennen. Genau umgekehrt soll die neue Apple Watch jetzt auch eine niedrigere Minimalhelligkeit erreichen können, nämlich laut Apple bis zu 1 Nit. Das soll dann in bestimmten Situationen als weniger störend empfunden werden, zum Beispiel wenn man die Apple Watch beim Schlafen trägt oder wenn man im Kino ist. Die Ultra 2 ist jetzt mit dem S9 auch mit einem neuen Chip ausgestattet und der soll laut Apple im Vergleich zum S8 aus der Ultra 1 auch mehr Performance bieten. Apple spricht hier von 60% mehr Transistoren, einer 30% höheren GPU-Leistung. Besonders hervorgehoben wird aber die neue 4-Kern Neural Engine. Damit soll dann die Ultra 2 speziell bei Aufgaben mit maschinellem Lernen doppelt so schnell sein wie die Ultra 1. Außerdem bringt der neue S9-Chip auch 64 GB Speicherplatz mit. Bei der Ultra 1 mit dem S8-Chip sind es 32 GB. Die Performance jedenfalls würde ich bei der Ultra 2 auf jeden Fall als ausgezeichnet bewerten. Aber das ist sie ja bei der Ultra 1 genauso, finde ich. So vom ersten Eindruck her merke ich da jetzt auch nicht so den großen Unterschied, aber ich werde mir das auf jeden Fall noch im Detail ansehen, die beiden Ultra-Modelle direkt miteinander vergleichen und euch dann in meinem Review davon berichten. Sicherlich ist ja einigen von euch diese Funktion bekannt, wo ich dann über das Kontrollzentrum mein iPhone anpingen kann. Über den neuen hier verbauten U2-Chip ist es jetzt aber möglich, ein anderes iPhone mit U2-Chip genau zu suchen. Das klassische Anpingen, wie wir es zuvor hatten, kann ich nach wie vor über diesen Button rechts unten machen. Sicherlich für den ein oder anderen eine praktische Ergänzung zusätzlich zum Anpingen. Apple gibt ja auch an, dass der U2-Chip eine bis zu dreimal höhere Reichweite als der U1-Chip haben soll. Das werde ich also auch noch ausführlich testen und euch dann bald davon berichten. Genauso wie ich das iPhone an einen HomePod halten kann, damit sich dann automatisch diese Wiedergabesteuerung öffnet, soll ich das dann auch aufgrund des U2-Chips so in der Art mit der Apple Watch machen können. Allerdings kommt diese Funktion erst später in diesem Jahr mit einem Update. Aufgrund der deutlich schnelleren Neural Engine des S9-Chips, so begründet es Apple zumindest, kann jetzt Siri bestimmte Anfragen komplett offline verarbeiten. Und das teste ich jetzt hier mal. Ich aktiviere den Flugmodus. Wir sehen, es besteht weder eine Verbindung zum iPhone, noch zu einem WLAN-Netzwerk, noch zum Mobilfunknetz. Trotzdem lässt sich Siri jetzt aktivieren und führt bestimmte Anfragen aus, die eben keine aktive Internetverbindung benötigen. Brauche ich dann für eine bestimmte Anfrage eine Internetverbindung, dann sagt es Siri mir auch. Allgemein kommt es mir auch schon so vor, dass diese komplett lokalen Anfragen insgesamt schneller verarbeitet werden als zuvor. Und hier auch noch kurz der Vergleich. Bei der Ultra 1 findet man in den Siri-Einstellungen zum Beispiel diesen Text nicht, den wir vorhin bei der Ultra 2 gesehen haben. Auch hier trenne ich jetzt mal alle Verbindungen. Und wir sehen, Siri lässt sich aber jetzt nicht aktivieren. Da heißt es dann eben, Siri ist nicht verfügbar. Eine weitere sehr praktische Neuerung, die aber erst ab Oktober erhältlich sein wird, ist die Möglichkeit, über eine Doppeltipp-Geste zwischen Daumen und Zeigefinger diverse Aktionen auf der Apple Watch auszuführen. Auch das soll dann aber nur mit dem S9-Chip funktionieren. Laut Apple liegt es auch hier an der deutlich schnelleren Neural Engine. Und das finde ich ja sehr interessant, denn erstens gibt es diese Funktion in der Art ja eigentlich schon versteckt in den Bedienungshilfen. Und zweitens, finde ich, läuft es eigentlich auch wunderbar auf älteren Apple Watch-Modellen. Gerade deswegen bin ich ja schon sehr gespannt darauf, ob es dann einen Unterschied gibt zwischen dieser neuen offiziellen Integration und dieser versteckten Bedienungshilfe. Und ebenfalls aufgefallen ist mir, dass Apple bei der Ultra 2 da rechts unten von einem erweiterten Bereich bei der Einsatzhöhe spricht, nämlich minus 500 bis 9000 Meter. Und zum Schluss komme ich noch zu den Armbändern. Auf der einen Seite habe ich hier mal das Ocean Band in diesem neuen Blau, das ihr da oben seht. Das hat die Farbe Mitternacht, die ihr da unten seht, ersetzt. Und das Trail Loop seht ihr jetzt hier in zwei neuen Farben, nämlich oben grün-grau und unten blau-schwarz. Das Trail Loop mit diesem Klettverschluss finde ich persönlich ja sehr bequem. Man könnte ja eigentlich sagen, es ist so etwas wie das Sport Loop, nur eben die Apple Watch Ultra Variante davon. Insgesamt gibt es die Apple Watch Ultra Armwände also jetzt in folgenden Farben. Das Alpine Loop in Blau, Indigo und Oliv. Das Trail Loop eben in grün-grau, blau-schwarz sowie orange-beige. Und das Ocean Armwand in Blau, Weiß und Orange. Gute Nachrichten gibt es, was den Preis angeht. Die Ultra 2 kostet jetzt ab 899 Euro. Die Ultra 1 hatte ja damals noch 999 gekostet. Der Preis ist hier also um 100 Euro gesunken. Alles in allem hat Apple also der Apple Watch Ultra damit klassische Produktpflege verpasst. Gezeigt habe ich euch aber jetzt hier nur mal die Veränderungen. Ich werde die Apple Watch Ultra 2 aber jetzt trotzdem ausführlich testen und es wird dann bald von mir ein ausführliches Review geben, wo ich euch dann noch einmal alles an der Apple Watch Ultra zeigen und sie erneut bewerten werde. Wenn ihr mich also noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos schon mehr dranbleiben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.